Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Anne Heches tödlicher Unfall, Notfallanruf veröffentlicht. Es gibt neue Erkenntnisse zum Unfall von Anne Heche, Kreuz 53. Vor rund zwei Wochen krachte die Schauspielerin mit Vollgas in ein Haus und musste daraufhin umgehend ins Krankenhaus gebracht werden. Dort kämpfte sie um ihr Leben, doch für die zweifache Mutter kam jede Hilfe zu spät. Seit vergangenen Freitag wurde die Volcano-Darstellerin für Hirntaut erklärt und die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt. Jetzt liefert ein Augenzeuge des Crash schockierende Details. TMZ liegt ein Notruf vor, der nach dem Unfall abgesetzt wurde. Bei dem Anrufer soll es sich mutmaßlich um einen Nachbarn gehandelt haben, dieser hatte berichtet, dass Anne mit sehr hoher Geschwindigkeit in das Haus gefahren sei. Wie ernst die Situation war, machten die Schreie der Menschen, die im Hintergrund zu hören waren, sehr deutlich. Zeugen versuchten, die 53-Jährige aus dem brennenden Fahrzeug zu retten, der Anrufer selbst wollte das sich immer weiter ausbreitende Feuer mit einem Wasserschlauch löschen.